Übrigens, weil ich das vorhin schon hinten gefragt wurde, wir spielen ja jeden Tag, sind unterwegs, also auch gestern, vorgestern, vor, 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 gestern, die ganze Woche und natürlich kriegen wir trotzdem mit, was überall passiert. Wir haben natürlich auch gelesen, was hier in Chemitz beim Stadtfest los war und haben uns vorhin im Rand schwarb, da bin ich Angst, dass es bei euch passiert. Da haben wir gesagt, das kann bei uns nicht passieren, wir haben ein ganz klares Arbeitsprinzip, wir machen den Platz mit coolen Leuten voll, dann ist für die Ausgleicher gar kein Platz. Das ist der Punkt. Und das hat auch heute wieder geklappt. Deswegen freuen wir uns jetzt auch auf die nächsten Sommerinisten, wir können auf euch zählen, Musik von Dean in the Bermons aus einem legendären Konzert im Madison Square Garden in New York. Und wir wissen alle, die Skyline von New York an einem Sonntagabend um 18.30 Uhr sieht nicht viel anders aus als die von Chemnitz. Deswegen gebt uns jetzt nochmal eure Hände für The Ruby Baby. Go! Well, I love a girl and...